Wir sind hier auf der Startstraße 2299 zwischen Billingshausen und Zellingen. Hier kam es heute Morgen gegen 6.44 Uhr zum schweren Verkehrsunfall zwischen einem 19-jährigen Opelfahrer, der von Billingshausen Richtung Zellingen gefahren ist und hierbei in einem Kurvenbereich ein BMW überholt hat. Im Anschluss kam es eben zu einem Frontalzusammenstoß mit einer entgegenkommenden Skoda-Fahrerin und ein Ford-Fahrer ist ebenfalls noch in die Umfeldstelle hineingefahren. Es war ein großes Trümmerfeld, über 100 Meter verstreut. Wir haben hier vier total beschädigte Fahrzeuge, die eigentlich alle wirtschaftlichen Totalschaden erlitten haben. Der Unfallverursacher, der 19-jährige Opelfahrer, war noch im Fahrzeug eingeklemmt, wurde durch die örtlichen Feuerwehren aus dem Fahrzeug befreit und im Anschluss an die Rettungskräfte übergeben. Wir haben insgesamt fünf beteiligte Personen, davon haben wir zwei unverletzte Personen, zwei mittelschwerverletzte Personen, die in örtliche Krankenhäuser eingeliefert wurden und der Unfallverursacher, der 19-jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber noch in die Uniklinik nach Würzburg verbracht, ist allerdings mittlerweile dort verstorben. Ja, es ist halt, uns selber bewegt es einen immer dahingehend, dass man sagen muss, man muss seine eigene Fahrweise auch überdenken, gerade bei den Witterungsverhältnissen jetzt momentan, aber auch, dass es sich nicht lohnt, eben Zeitdruck auf der Straße rauszuholen. Das sieht man hier an solchen Unfällen auch selber immer wieder, dass es macht überhaupt keinen Sinn, wenn man unter Zeitdruck steht, so zu fahren. Allerdings muss man jetzt in dem Fall sagen, die genauen Unfallursache wird noch ermittelt. Wir haben auch auf Weisung der Staatsanwaltschaft Würzburg eine Sachverständige hinzugezogen, die eben jetzt hier an der Unfallstelle noch tätig ist. Bis zum nächsten Mal.